Moin und herzlich willkommen. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause mit unserem HSV-Podcast. Man sieht es in unserem Video, man kann uns jetzt auch sehen, nicht nur hören. Ansonsten ist alles beim Alten hier. Mein Name ist Hendrik Jakobs und auch mein Sportchef Alex Sanderlauchs, den kennt ihr noch. Moin Alex. Moin Henrik. Wir haben uns zur neuen Saison ein bisschen was Neues überlegt. Das Prinzip bleibt aber das Alte, das Gleiche. Wir haben jede Woche einen Gast, mit dem wir über den HSV sprechen wollen und vor dem ersten Spiel in Braunschweig haben wir direkt einen Hochkaräter zu Gast. Das ist der HSV-Kapitän. Moin Sebastian Schonlau. Herzlich willkommen. Moin, dankeschön. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und ich fange mal gleich an mit der ersten Fachfrage. Kribbelt es schon? Ja, definitiv. Wir hatten ja wirklich eine kurze Vorbereitung diesmal, was für uns Spieler sicherlich immer schön ist. Und ja, jetzt geht es am Sonntag los und wir freuen uns unfassbar. Das klingt schon mal gut. Und bevor wir das Kribbeln vertiefen, starten wir auch direkt mit unserer ersten Rubrik. Die ist neu bei uns und die heißt... Ja, wir wollen drei Fragen immer stellen zum Start, zum Warm-up. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann fange ich mal mit der ersten Frage. Worüber willst du heute definitiv nicht reden? Allzu viel würde ich nicht gerne über die vergangene Saison reden. Was damals war, ist alles vergangen. Jetzt haben wir eine neue Saison vor der Brust. Wir freuen uns drauf. Am Sonntag geht es los. Und von daher lieber in der Gegenwart bleiben und in die Zukunft schauen, als in die Vergangenheit gucken. Bist nicht enttäuschend. Wir haben schon ein, zwei Fragen noch zur vergangenen Saison, aber die wirst du auch überstehen. Die zweite Frage. Worüber redest du denn normalerweise nur mit deiner Mutter? Oh, ich glaube, da habe ich nichts Spezielles, wo ich jetzt wirklich nur mit meiner Mutter drüber reden würde. Wir haben ein offenes Verhältnis oder ich habe ein offenes Verhältnis zu allen in meiner Familie, ob es mein Vater ist oder mein Bruder auch, meine Mutter sowieso. Und von daher gibt es da nichts Spezielles. Frage Nummer drei. Worüber wolltest du, du hast ja mittlerweile schon in deiner Profikarriere einige Interviews gegeben, worüber wolltest du immer schon mal reden? Das ist genau der Punkt. Ich stand natürlich immer nur auf der einen Seite des Mikrofons. Ich würde gerne mal die Perspektive wechseln und würde gerne mal euren Job machen. Einfach nur, um zu erfahren, wie es ist, wie es auch ist, sich vorzubereiten, was man machen muss. Ja, da hätte ich Bock drauf. Du kannst ja uns auch ein paar kritische Fragen stellen. Also nicht zu kritisch, bitte schön. Wenn mir zwischendurch was einfällt, dann werde ich mal was einführen. Das ist ein Wohlfühlformatchen. Aber ja, wenn dir was auf dem Herzen liegt, frag uns einfach. Ach genau. Ansonsten sprechen wir erstmal wieder über Fußball, über den HSV und am Sonntag geht es wieder los mit der neuen Saison. Du willst ja über die neue Saison reden. Bei Eintracht Braunschweig jetzt beim 5 zu 1 gegen Basel. Am Wochenende sah das ja schon richtig gut aus. Welche Erkenntnisse hast du gewonnen jetzt so aus dem letzten Testspiel der Generalprobe? Dass wir definitiv bereit sind, dass wir Bock haben auf die neue Saison, auch auf das Spiel jetzt in Braunschweig. Ja, und dass wir das, was wir in der Vorbereitung gemacht haben, dass wir das schon ziemlich gut umsetzen. Trotzdem, wir wissen natürlich auch, es ist schön, dass wir gewonnen haben, auch 5 zu 1 gewonnen haben. Aber Testspiel bleibt Testspiel und das Pflichtspiel ist immer noch wichtiger und da wollen wir am besten ein ähnliches Ergebnis einfahren. Ja, Tim Walter hatte vor dem Spiel angedeutet, dass er seine erste Elf schon mal so im Groben testen will. Du warst jetzt nicht dabei, das hat ein paar Leute überrascht, dass du als Kapitän dann in der Startelf als Abwehrchef nicht dabei bist. Du warst natürlich noch in der Vorbereitung etwas angeschlagen mit deiner Fußverletzung. Tim Walter meinte aber, zum Braunschweig-Spiel kriegt er dich wieder fit. Hat er das richtig analysiert? Ja, wie könnte ich dem Trainer widersprechen? Wenn er sagt, er kriegt mich fit, dann wird das auch so sein. Nein, es war jetzt nicht dramatisch, dass ich die zweite Halbzeit gespielt habe. Ich glaube, alle anderen Jungs verdienen sich das genauso wie ich oder haben sich das genauso verdient, auch mal die erste Halbzeit zu spielen. Und von daher freue ich mich aber trotzdem, wenn ich am Sonntag auf dem Platz stehen sollte. Enrik hat das mal ausgerechnet, du warst ja wirklich der Dauerbrenner in der vergangenen Saison, hast 3.137 Minuten gespielt. Verrate uns doch mal, wie oft oder wie lange hast du denn dann schon mit der Fußverletzung gespielt? Das fing so am Ende der Rückrunde, zu Ende der Rückrunde fing das an, dass ich einfach ein bisschen Probleme bekommen habe mit dem Fuß. Ich glaube, das ist aber auch nicht allzu unüblich und nicht allzu dramatisch. Das kennt jeder Fußballer, gerade am Ende einer langen Saison, da zwickt es schon mal hier und da. Aber ja, das gehört ein bisschen dazu, da muss man auch drüber stehen und das ist mir zum Glück ganz gut gelungen. Es waren ja auch noch echte Highlights dann am Ende der Saison. Ihr habt die letzten fünf Spiele alle gewonnen, dann kam die Relegation, auch dieser Sieg in Berlin, das war ja wirklich vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion ein echtes Karriere-Highlight, kann man wahrscheinlich sagen. Dann das Rückspiel lief etwas enttäuschender mit der Niederlage. Wie lange hast du gebraucht danach, um diese verlorene Relegation abzuschütteln? Ganz genau könnte ich es nicht sagen, aber klar fällst du ein Stück weit in ein Loch, weil du kämpfst ein ganzes Jahr, eine ganze Saison kämpfst du natürlich für dein großes Ziel. Und dann haben wir wirklich nochmal die Chance bekommen, durch die zwei Spiele, gerade nach dem Hinspiel, war die Euphorie natürlich sowohl bei uns in der Mannschaft, im Verein, aber auch in der ganzen Stadt, glaube ich, war unfassbar groß. Und dann erlebst du irgendwo so eine Enttäuschung und das tut natürlich weh, aber trotzdem, der Urlaub tat ganz gut. Ich fand es auch gut, dass wir nicht nur zwei Wochen Urlaub gemacht haben, sondern vielleicht auch ein bisschen länger. Dadurch jetzt eine kürzere Vorbereitung haben und wichtig ist, dass man es jetzt abgehakt hat und das kann ich von mir behaupten. Wie war das denn direkt nach dem Spiel? Geht man dann zum Kiosk, holt sich mal ein Bier, um abzuschalten oder geht man um einen Block oder was macht man da? Oder erinnerst du dich noch an so die Stunden nach dem Spiel? Ich weiß, dass ich noch relativ lange in der Kabine war, dass ich einfach noch ein bisschen gebraucht habe, bis ich aus dem Stadion rausgekommen bin und bin dann aber auch direkt nach Hause gefahren. Dann hat meine Freundin mich mal in den Arm genommen, das tat sicherlich auch ganz gut. Und dann, klar, dass du nach so einem Spiel jetzt nicht direkt einschläfst und erstmal schöne Träume hast, das ist auch logisch. Und dann lag ich halt noch ein bisschen auf dem Sofa, habe mich irgendwie versucht abzulenken mit Fernsehgucken, soweit das eben möglich ist. Und ja, war aber keine allzu schöne Zeit. Es waren ja auch interessante Szenen dann nach dem Spiel auf dem Platz. Die Polizei kam direkt aufs Spielfeld, hat sich dann da vor die Nordtribüne gestellt. Ihr seid dann aber direkt auch da durch, also der Trainer vorweg, du dann hinterher. Wie war das? Ist das dann spontan entstanden? Hat der Trainer gesagt, pass auf, wir gehen da jetzt durch? Ja, wie war das? Nein, ich glaube, wir waren ein bisschen überrascht, dass die Polizei aufs Feld gekommen ist, weil wir dann zu diesem Zeitpunkt, oder ich weiß nicht, woran es genau lag, aber sie werden schon ihre Gründe gehabt haben. Für uns stand trotzdem fest, das sind unsere Fans, die haben uns in der ganzen Saison, aber besonders auch in den letzten Spielen und auch in dem Rückspiel gegen Hertha, haben sie uns unheimlich gepusht, haben uns nach vorne gepeitscht. Und das war ja auch nach dem Spiel noch der Fall. Sie haben immer noch gesungen und gefeiert, als ob wir eigentlich aufgestiegen wären. Und dann gehört es, glaube ich, dazu, dass wir da hingehen und uns für den Support auch wirklich bedanken. War das auch ein Grund, warum ihr dann am Ende doch mit einem guten Gefühl auch in die Pause gegangen seid, trotz dieser Enttäuschung und jetzt auch wieder sehr optimistisch seid, was die neue Saison auch angeht? Ja und nein, weil wir natürlich auch, auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn die Fans dich trotzdem bejubeln, obwohl wir es nicht geschafft haben. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, tut es natürlich irgendwo noch ein Stück mehr weh, weil wir auch wissen, wie sehr sich alle diesen Aufstieg gewünscht haben. Gerade rund um den Verein, alle Leute, auch die Menschen hier in Hamburg, wie sehr die am HSV kleben und was die alles dafür opfern. Und dann wäre es natürlich schön für uns gewesen, mit dem Aufstieg viel, viel zurückzugeben und das ist uns nicht gelungen. Trotzdem ist so eine Reaktion, die die Fans erbracht haben, natürlich wesentlich schöner für uns, als wenn wir ausgefiffen wären oder sonst was. Wie sieht das aus? In der Vergangenheit war es ja ab und zu mal so, dass Vereine, die es in der Relegation nicht geschafft haben, dann in der Saison danach Probleme bekommen haben. Warum ist das bei euch nicht so? Oder wird das nicht so sein, besser gesagt? Ich glaube, weil wir wirklich viele Jungs haben, die einfach Bock auf Fußball haben. Und das wird sich auch durch so einen Rückschlag nicht verändern. Und weil wir natürlich auch wissen, dass wir jetzt diese Saison wieder eine Riesenmöglichkeit haben, wieder aufzusteigen. Und ich glaube, da sollte einfach unser Fokus drauf liegen. Wir werden uns natürlich Dinge angucken, die wir einfach besser machen müssen. Dafür ist so eine vergangene Saison sicherlich da. Aber trotzdem, das ist jetzt geschehen. Und jetzt freuen wir uns einfach darauf, dass es wieder losgeht, dass wir kicken können, dass wir Spiele gewinnen können, dass wir Tore schießen. Und nur das zählt für die Jungs. Dass die Stimmung ganz gut ist im Team, das konnte man in Österreich ganz gut beobachten. Ich war ja auch dabei. Gut, im Trainingslager ist meistens eine gute Stimmung, ja. Die Jungs sind immer noch gut drauf. Du konntest jetzt ja nicht so viele Einheiten mitmachen. Hast meistens dann abseits der Mannschaft trainiert am Anfang. Hast du es trotzdem so wahrgenommen, dass die Stimmung in der Mannschaft schon sehr gut ist? Ja, auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein, war ich überrascht, mit wie viel Elan die Jungs aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Und wie viel Bock sie einfach hatten, wieder auf dem Platz zu stehen. Und die gute Stimmung, die merkst du natürlich dann nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum. Ja, da werden hier und da mal ein paar Faxen gemacht, ein paar Späße. Und insgesamt ist es natürlich relativ locker bei uns in der Mannschaft. Und das tut uns sicherlich auch gut. Wir haben auch mal versucht, den einen oder anderen Mitspieler von dir zu fragen, ob da vielleicht die eine oder andere Geschichte passiert ist im Trainingslager, wo du vielleicht dann auch eine Rolle mitgespielt hast. Aber da kam eigentlich von allen die Antwort, der Capitano, der lässt sich nicht zu Schulden kommen. Aber was Gute ist, ihr habt ja auch Physiotherapeuten und da haben wir uns mal umgehört. Und deswegen hören wir jetzt eine Frage und die kommt von Christian Tambach. Moin Basso, Chris, dein Physio hier. Ich freue mich wirklich jetzt schon riesig auf die Folge. Und als ich gefragt wurde, ob ich dir eine Frage stellen möchte, konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen. Und da fällt mir ganz spontan ein, wir waren ja vor kurzem im Trainingslager in der Steiermark und da haben wir von unserem Trainerteam eine Wochenaufgabe bekommen. Und kannst du vielleicht mal den Zuhörern berichten, worum es da ging und was eure Gruppe machen musste und welche spezielle Rolle du da eingenommen hast. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen und bin gespannt, wie du darauf antwortest. Du grinst schon, aber es klingt nach einer guten Geschichte. Kann es sein, dass es was mit einem Videodreh zu tun hatte? Ganz genau. Ich denke, der Christian weiß aber auch ganz genau, dass ich nicht allzu viele Details preisgeben darf. Das war eine kleine Abmachung, die wir vorher einfach in der Mannschaft getroffen haben. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass er die Frage gestellt hat. Ja, es ging einfach darum, wir hatten die Aufgabe, wir wurden in vierer, fünfer Gruppen eingeteilt und hatten dann das Trainingslager Zeit, uns einfach kleine Videos zu überlegen, drei, vier Minuten. Nach einem bestimmten Motto, dass sich aber jeder eben selber aussuchen durfte. Genau. Und dann kamen wirklich viele, viele lustige, ganz verschiedene Videos zustande. Und eins eben war auch von meiner Gruppe, aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Also das ist schade, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zur Kreativität sagen. Also es ging schon darum, auch witzige Szenen zu drehen. Also ich glaube, beim Fußballtraining, da war ich ja dann auch dabei, da war jetzt nicht viel zu sehen. Also es waren dann schon Dreheinheiten im Hotel oder abseits des Platzes. Ganz richtig, ganz richtig. Trainingsszenen wurden da jetzt nicht gezeigt. Es war natürlich schon das Ziel, dass alle anderen auch ein bisschen was zu lachen haben. Aber trotzdem, wir haben echt ein paar lustige Jungs bei uns in der Truppe. Die lassen sich schon den ein oder anderen Unfug einfallen. Und ja, wir hatten schon viel zu lächeln dabei. Und am Ende wurde dann ein Sieger gekürt, wer das beste Video gemacht hat oder das Lustigste? Das ist richtig, ja. Dann durfte wer entscheiden? Die Mannschaft oder das Team? Das Trainerteam, Staff drumherum. Genau, die hatten eine Punkteskala. Unser Torwarttrainer, der Sven Hö, hat das alles in die Hand genommen, hat es gut gemanagt. Und die durften am Ende entscheiden, wer dann gewonnen hat. Sehr gut. Das Trainerteam ist ja auch bekannt dafür, dass es so kleinere, größere Wettbewerbe, Competitions mal durchführt. Verrate uns doch mal. Und Tim Walter macht ja auch ab und zu mal mit, wie mir Hendrik gesagt hat. In welcher Disziplin würdest du denn gegen den Coach verlieren? Kannst du uns das mal verraten? Oder gibt es da nichts? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich im Golf. Ich habe am Wochenende gesehen, er kann ganz gut Golf spielen. Da würde ich auf jeden Fall verlieren. Hast du gesehen, weil ihr auf dem Court wart? Ja genau, ich hätte einfach nur gesehen, zufällig, wie er ein bisschen gegolft hat. Aber das scheint ja schon ganz ordentlich zu können. Nee, ich glaube, wir haben so einen Tischfußball, also jetzt kein Kicker, sondern wo du, der so abgerundet ist auf beiden Seiten, wo du mit dem Kopf spielst oder auch mit dem Fuß. Ich glaube, das kann er schon ganz gut. Ich habe aber zum Glück noch nie gegen ihn gespielt, deswegen, ich würde es mal offen lassen, wer gewinnt. Okay. Tim Walter ist ja jetzt in seiner zweiten Saison hier beim HSV. Das gab es ja auch in Hamburg oder im Volkspark lange nicht, dass ein Trainer gleich in seine zweite Saison geht. Was bei seiner anspruchsvollen Spielidee natürlich für euch sicherlich ein Vorteil ist. Vielleicht erinnerst du dich noch so an das letzte Jahr, als du kamst und er euch dann seine Idee dann auch vermittelt hat, die ja gerade für die Innenverteidiger nicht ganz einfach ist. Erinnerst du dich noch, wie das war, als dann so die ersten Einheiten anstanden oder wie hat er dir seine Idee vermittelt? Ja, so ganz theoretisch kannte man die Idee, weil er ja schon mit Kiel und Stuttgart hat er ja ganz ähnlich gespielt, wenn nicht sogar genauso. Von daher wusste man schon, jetzt für den Außenbetracht sieht es ja häufig etwas wild aus, wenn die Innenverteidiger auch manchmal vorne rumlaufen oder sich sonst wo anbieten. Und genauso ging es mir natürlich auch in der Anfangszeit. Ich habe es schon häufiger gesagt, ich hatte wirklich Probleme, so die ersten zwei Wochen zu verstehen, was er von mir will, wie es zu funktionieren hat, weil es einfach komplett unterschiedlich ist zu dem, was man sonst so als Innenverteidiger kennt. Trotzdem, ich glaube, man fuchst sich da rein, das hat man auch über die Saison gesehen. Und ja, trotzdem bin ich froh, dass wir jetzt bei dieser Spielidee bleiben und nicht was ganz Neues machen. Aber man hat es schon gemerkt jetzt auch in den Testspielen, also die meisten Spieler kennen das. Jetzt sind natürlich ein paar wieder dazugekommen, auch Stefan Ambrosius zum Beispiel, der kannte das ja in der Form noch nicht, obwohl er im Training dabei war. Spiel ist natürlich noch was anderes. Aber hast du auch den Eindruck, dass so diese ganzen Abläufe schon verinnerlicht sind? Definitiv. Und das ist ja gerade das, was uns wichtig war und was uns gut tut, dass nicht nur das Trainerteam bestehen bleibt, sondern eben auch der Kern der Mannschaft oder der Großteil der Mannschaft einfach bei uns bleibt, damit wir jetzt nicht wieder bei Null anfangen. Und genau das ist eben der Fall. Jetzt haben wir nur ein paar neue Jungs, die es sicherlich noch ein bisschen kennenlernen müssen. Aber für die ist es auch einfacher, wenn ihre Mitspieler sie unterstützen können, weil alle schon wissen, wie es funktioniert. Hast du das denn auch mal mitgekriegt, dass dann so den HSV-Fans, dass sie so einen Herzstillstand schon fast hatten, wenn ihr mal wieder ganz lässig von hinten raus kombiniert habt. Hast du das jemals so extrem gespielt eigentlich in deiner Karriere? Nein, so extrem nicht. Ich glaube, wir wollten auch in Paderborn Fußball spielen und haben auch mal eher den kurzen als den langen Ball da gewählt. Aber natürlich ist es jetzt unter Tim hier beim HSV, es ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Das muss man ganz klar so sagen. Und ja, man merkt es in den Spielen ab und an schon, wenn natürlich so ein Rauen durchs Stadion geht, wenn wir hinten auch mal im 16er ein bisschen kürzere Pässe spielen oder eben nicht den langen Ball wählen. Aber trotzdem, für uns ist es, glaube ich, mittlerweile wirklich normal. Wir wissen, dass wir das brauchen, dass das gut für unser Spiel ist. Das ist einfach unsere Art und Weise, das gehört zu uns. Und von daher ist es auch nicht schlimm, wenn Außenstehende da mal Geräusche machen, wenn wir hinten ein bisschen rumspielen. Wir wissen, was wir tun und das geht ja meistens auch gut. Ihr habt ja auch wenig Gegentore einfach kassiert, muss man sagen. Also die Zahlen stimmen ja auch, ne? Ich denke auch, ja, bei allem, was immer gesagt wird, dass wir vielleicht zu offensiv spielen oder zu mutig, zu risikoreich. Wenn man sieht, wie viele Tore wir wirklich gerade durch Fehler im Aufbauspiel gekriegt haben, das waren jetzt nicht allzu viele. Ja, von daher sollten wir schon daran festhalten. Du bist ja sehr spät auch erst Innenverteidiger geworden in deiner Karriere. Ich glaube, Steffen Baumgart warst, der dich dann in Paderborn umgeschult hat. Vorher warst du Sechser und ja, wahrscheinlich auch eher ein spielerischer Sechser, würde ich jetzt mal vermuten. Hat dir das geholfen, so jetzt auch diesen Fußball zu spielen, den Tim Walter spielen lässt? Auf jeden Fall. Die Zeit auf der Sechs hat mir definitiv geholfen, weil ja, auf der Sechs kommen die Gegner natürlich von überall, von vorne, von hinten, von der Seite. Da hast du noch weniger Zeit als als Innenverteidiger. Ja, von daher war es für mich eigentlich schön, dann irgendwann zurückzurutschen, auch wenn ich das am Anfang nicht ganz so sehen konnte. Aber definitiv hat es mir geholfen, einfach, ja, um mich noch weiter auszubreiten auf der Innenverteidigerposition. Pass sicher bist du ja auf jeden Fall. Es gab jetzt eine Statistik, da warst du auf Platz drei in der Liga, was die Passquote angeht. Ich glaube, nur Mario Wuschkowitsch, dein Kollege, und Jasper van der Werf von Paderborn waren da leicht besser. Wir hören jetzt mal einen anderen Innenverteidiger aus der zweiten Liga, der normalerweise auf ähnliche Quoten kommt. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Ich habe eine Idee, aber ich halte mich erst mal bedeckt. Okay, dann hören wir mal. Hallo Sebastian, ich habe die große Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und zwar, wie groß war der Kulturschock für dich, als Warburger Urgestein in die schönste Stadt Deutschlands zu kommen? Hast du die richtige Vermutung? Ja, definitiv. Klar, Hauke hat einen ähnlichen Spielstil, glaube ich, wie ich. Wir kennen uns mittlerweile schon eine lange Zeit, deswegen habe ich es natürlich auch immer verfolgt, wie Hauke spielt und bin da sehr stolz auf ihn. Wie er das jedes Mal abreißt und wie er eben auch diese guten Statistiken zustande bekommt. Hauke Wahl, Abwehrchef und Kapitän, glaube ich, auch bei Holstein Kiel und ihr habt damals in Paderborn auch zusammengespielt und seid richtig gute Freunde geworden, ne? Ist das richtig recherchiert? Genau, genau, da habt ihr gut aufgepasst. Doch, wir treffen uns regelmäßig. Hauke wohnt ja hier in Hamburg. Auch unsere Frauen verstehen sich wirklich, wirklich gut und dann ist der Kontakt einfach nie abgerissen. Von daher, ja, sicherlich auch ein Vorteil für mich, dass wir hier nach Hamburg gekommen sind und mit Hauke direkt einen Ansprechpartner hatten. Das heißt, er wohnt noch in Hamburg und pendelt dann ständig nach Kiel? Das ist richtig, ja. Würde ich auch so machen. Warburg ist ja das Stichwort auch. Das ist, hat Henrik mir gesagt, auch eine Hansestadt. Ich wusste das gar nicht. Ansonsten halten sich aber die parallelen wahrscheinlich in Grenzen, ne, mit Hamburg und Warburg. Ja, ich denke auch, allzu viele Ähnlichkeiten gibt es dann doch nicht. Wobei, ja, ich finde, Hamburg ist ein schönes Städtchen und Warburg definitiv auch. Aber natürlich eine ganze Ecke kleiner. Trotzdem, ich hatte wirklich eine wunderbare Kindheit in Warburg. Hätte mir keinen besseren Platz vorstellen können, wo ich, oder zum Aufwachsen. Trotzdem, ich bin wirklich froh, dass ich jetzt dieses Großstadtleben einfach mal mitbekomme, weil ich das so in der Form noch nie hatte in meinem Leben. Ja, und deswegen bin ich echt froh, hier zu sein. Ich glaube, mit der schönsten Stadt der Welt, meinte Hocke, war jetzt auch nicht Paderborn, sondern schon in Hamburg, oder? Ja, ich glaube, da sind seine Prioritäten klar gesetzt. Ja, da meint er natürlich Hamburg mit. Du bist jetzt seit einem Jahr hier und bist du schon richtig heimisch geworden in Hamburg? Hast du überhaupt so die Zeit, richtig dann auch anzukommen in Hamburg und die Stadt auch mal zu genießen? Ja, ja, das würde ich schon sagen. Natürlich ist es einfach eine riesige Umstellung. Jetzt, wenn man erst mal von Paderborn nach Hamburg kommt, alles ist größer, lauter, breiter, weiter. Ja, aber es gibt eben auch viel mehr Möglichkeiten und das genieße ich natürlich. Ich finde es einfach schön, wenn man aus der Haustür geht und viele Menschen zu sehen sind, wenn immer ein bisschen Trubel ist. Genau, und deswegen nutze ich natürlich dann auch die Trainingsfreie Zeit, um ein bisschen die Stadt zu erkunden, an den Elbstrand zu gehen oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Auch mal Tennis zu spielen? Du sollst ja ein begeisterter Tennisspieler sein. Golf scheint ja auch nicht schlecht, auch schon ein bisschen was zu gehen, wie du gesagt hast. Wahrscheinlich ein begeisterter Tenniskucker und kein Spieler. Doch, ich habe früher mal gespielt. Ich würde auch jetzt nochmal den Schläger in die Hand nehmen. Ob das dann begeisternd ist für alle anderen, das weiß ich nicht. Aber ich habe Spaß dabei und ich glaube, das zählt. Hast du auch schon einen Klub gefunden, wo du mal spielen kannst? Ja, der Chris Tambach, der eben die Frage gestellt hat, der hat ja eine alte Tennis-Vergangenheit oder auch eine Tennis-Connection noch hier in Hamburg. Ich habe aber leider selber noch nicht gespielt. Trotzdem viele von seinen Jungs spielen, glaube ich, am Roten Baum. Und wenn es mal klappt, dann würde ich das auch gerne in Angriff nehmen. Roten Baum ist ja ein gutes Stichwort. Ich glaube, nächste Woche startet das Tennisturnier hier in Hamburg. Wirst du auch mal vorbeischauen, vielleicht mit Chris Tambach dann zusammen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns das Fest vorgenommen. Ist, glaube ich, ein wirklich schönes Event. Ich war letztes Jahr auch da. Ich glaube, mit Klaus Ciasula damals noch und mit Leibe haben wir ein bisschen zugeguckt. Und ja, es macht wirklich Spaß zu sehen, wie die Jungs da auf die Bälle dreschen und kloppen. Von daher will ich auf jeden Fall vor Ort sein, wenn es klappt, ja. Wer ist denn deine Nummer eins im Tennis? Das ist der gute alte Roger. Gute Wahl. Für mich geht nichts über Roger Federer. Ja, wirklich beeindruckend, was er, glaube ich, in seiner Karriere abgeliefert hat. Und ich würde mich freuen, wenn man vielleicht das ein oder andere Turnier nochmal von ihm sehen würde. Hattest du ihn mal live sehen können auch? In Hamburg hat er ja auch mal gespielt, aber das ist schon längere Zeit her. Ja, ich habe das Glück, dass Halle ja nicht allzu weit von Paderborn entfernt ist. Und er war ja häufiger zugegen, glaube ich, bei dem Rasenturnier. Und dann, ja, hatte ich wirklich das Glück, auch mal im Stadion sein zu dürfen und ihn da unten spielen zu sehen. Ist ja ein Ästhet, muss man sagen. Also so elegant, finde ich, ist auch meine Nummer eins. Ja, also ich glaube, da kommt man ja wirklich nicht aus dem Schwärmen raus, wenn man über Federer redet. Ja, da gibt es wenige Leute, die über ihn stehen für mich. Also mit den Tennisspielern kennst du dich gut aus. Wir wollen aber natürlich etwas mehr über Fußball sprechen und wollen mal hören, wie gut du dich schon mit dem kommenden Gegner auskennst. Eintracht Braunschweig. Braunschweig. Wahrscheinlich habt ihr euch jetzt als Mannschaft noch nicht zu intensiv mit dem Gegner beschäftigt. Wann steht das an, normalerweise in der Woche? Das kommt jetzt so im Laufe der Woche. Ich glaube, ein, zwei Tage vor dem Spiel machen wir dann unsere ganz große Analyse. Trotzdem wird natürlich zwischendurch immer mal wieder was eingeworfen, damit wir schon wissen, wie Braunschweig eben spielen wird, wie auch die einzelnen Spieler sich verhalten. Ja, deswegen stimmt, ich weiß jetzt noch nicht allzu viel über Braunschweig. Trotzdem, wir haben letztes Jahr gegen sie gespielt im Pokal und ich glaube, die werden auch ihren Spielstil nicht komplett verändern. Zudem kenne ich mit Robin Krause noch einen alten Weggefährten und da freue ich mich auch drauf, den wiederzusehen. Ja, wir wollen auch noch ein bisschen mehr erfahren über die Eintracht und sind damit bei unserer nächsten neuen Rubrik und die heißt Genau, wir widmen uns ab sofort auch jede Woche dem Gegner des HSV und dafür haben wir mit einem Experten gesprochen aus Braunschweig und wir hören einfach mal rein. Die Stimmung in der Mannschaft ist wirklich super. Am Sonntag war hier Tag der Eintracht, das ist immer ein ganz großes Ding in Braunschweig. Da kommen die Fans mal ihren Idolen da ganz nah und können Fotos und was weiß ich und Autogramme und so etwas machen. Und da hast du auch wieder gemerkt, ja, hier steht was zusammen, Stadt und Verein und Team, das funktioniert. Also mal sehen, sind natürlich irgendwie von allen als Absteiger Nummer eins gewertet. Ich würde da mal schauen wollen, wie das ausgeht. Ja, wir schauen auch mal auf die Neuzugänge. Sieben Stück sind es, glaube ich, an der Zahl aktuell. Ich habe mal geguckt. Ja, auf wen sollte der HSV achten und kommt da möglicherweise noch ein Neuzugang zum Spiel dazu? Also einer sticht auf jeden Fall heraus. Das ist Immanuel Ferrey. Den haben sie von Dortmund, aus Dortmunds Zweiter geholt. Und wenn ich dem HSV einen Tipp geben müsste, wäre es den ein bisschen einfangen. Das werden wir dann direkt mal gleich an Sebastian Schonlau weiterleiten. Die Eintracht hat auch einen neuen Torhüter geholt. Ron Torben-Hoffmann vom FC Bayern München war auch mal beim HSV vor ein, zwei Jahren im Gespräch. Wird er überhaupt im Tor stehen oder spielt er am Ende dann doch wieder Felsic? Am Ende spielt er doch wieder Felsic. Das ist sozusagen die alte Braunschweiger-Regel. Also ja, genau. Scheint so. Sehr klar durch, dass sich Michael Schiele, der Trainer für Jasmin Felsic im Tor, entschieden hat. Und auch als Kapitän. Felsic ist einfach hier. Er ist der Verein sozusagen seit 400 Jahren ungefähr schon hier. Und deswegen wird er am Sonntag gegen den HSV auch im Tor stehen. Michael Schiele, den Trainer hast du gerade schon angesprochen, seit einem Jahr jetzt dabei. direkt aufgestiegen mit der Eintracht. Ja, was ist er für ein Trainertyp? Was lässt er für ein Fußball spielen? Vielleicht kannst du da den HSV-Fans mal einen kleinen Einblick geben. Ja, der ist schon ein interessanter Typ. Er war ja auch schon mal vor drei Jahren, meine ich, mit Würzburg aufgestiegen. Von der dritten in die zweite Liga. Er hat dann zwei Spiele verloren aus dem DFB-Pokal raus. Dann kam Felix Magath und der hat ihn direkt rausgehauen. Es ist vielleicht noch so eine kleine Wunde, die da irgendwo so leicht noch kurz vorm Zunähen ab und an mal ein bisschen blutet. Deswegen glaube ich, hat Michael Schiele schon noch so eine kleine Rechnung mit der zweiten Liga auch offen. Er ist sehr akribisch. Das Zitat, das mir aus unserem Gespräch heute Morgen im Kopf geblieben ist, dass wir wollen und wir werden unser Herz auf den Platz lassen. Was Einsatz, Leidenschaft angeht, ich glaube, da können wir alle von dem Maximum ausgehen. Und das tut der Trainer auch. Der HSV hat ja vor einem Jahr im DFB-Pokal dann auch gegen Braunschweig gespielt. Von daher weiß der HSV so ungefähr, was auf ihn zukommt. Das Stadion wird mit Sicherheit ausverkauft sein. Denkst du, dass Braunschweig sich dann tatsächlich auch, wie viele Mannschaften gegen den HSV, tief hinten reinstellen wird und dann auf Konter lauert? Ich denke ja. Also ich kann mir das gut vorstellen. Das Spiel gegen Union Berlin hatte schon so ein bisschen, naja, Hinweiskarakter, wohin es gehen könnte gegen eine Mannschaft, die qualitativ einfach hochwertiger ist. Da war es zwischenzeitlich, um mal in die taktischen Tiefen einzutauchen, haben sie 5-2-1-2 gespielt. Also sehr defensiv mit fast sieben Spielern permanent hinter dem Ball, dann noch zwei Sechsern dazu und dann über Ferrai und die beiden Stürmer, die sie haben, Kaufmann und Herr Lauberbach, da ein bisschen Tempo zu machen. Ich glaube aber nicht, dass die Eintracht das wirklich offensiv angehen wird. Der HSV soll mal machen. Er soll mal machen. Der HSV soll machen. Ganz spannend. Vielen Dank an den Kollegen für die Infos. Levinert Hartmann von der Braunschweiger Zeitung haben wir noch vergessen zu erwähnen. Viele Grüße, Leo, nach Braunschweig. Ja, genau. Ich meine, du kennst Braunschweig ja noch aus der vergangenen Saison. Ihr habt knapp im Pokal gewonnen, 2-1. Er hat es ja so angedeutet, worauf kommt es an? Kampfgeist, das richtig annehmen, Zweikämpfe? Oder was wird entscheidend sein aus deiner Sicht? Ich glaube, zuallererst muss immer der Einsatz stimmen, die Mentalität stimmen. Das ist auch bei allem Fußball, den wir spielen wollen. Das ist für uns die oberste Prämisse, dass wir allein mit unserem Auftreten schon zeigen wollen, wer wir sind. Wir sind der HSV, wir sind der Favorit in dem Spiel. Wir haben Bock darauf, der Favorit zu sein. Und ich finde, das sollte man auch von Anfang an sehen. Wir wollen das Spiel in die Hand nehmen oder das Heft in die Hand nehmen. Und wenn er sagt, der HSV soll mal machen, wir werden machen. Da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass ihr das Spiel machen werdet. Du hast auch gesagt, ihr habt Bock darauf, der Favorit zu sein. Das seid ihr ja auch insgesamt in der Liga, zumindest sagen das viele Experten. Gestern Thorsten Matuschka, der Sky-Experte, hat auch gesagt, der HSV ist der große Favorit in dieser Liga. Obwohl ihr jetzt ja auch schon seit, ja, dann im fünften Jahr in der zweiten Liga spielt. Nehmt ihr diese Favoritenrolle auch so an und sagt, selbstbewusst habt ihr ja auch schon gesagt, wir wollen aufsteigen. Und ja, du sagst, wir haben Bock, der Favorit zu sein. Nicht nur gegen Braunschweig. Das tun wir definitiv. Wir haben es jetzt relativ früh klar geäußert. Ich finde es gut, weil, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesagt, einfach nicht glaubwürdig wäre, wenn du nach so einer letzten Saison jetzt sagen würdest, komm, wir gucken mal, wo wir mitspielen. Und wenn es der fünfte Platz ist, dann ist es auch eine gute Saison. Nein, wir wollen aufsteigen. Wir wollen unser großes Ziel erreichen. Und deswegen geht es direkt am ersten Spieltag mit Vollgas los. Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Es ist ja auch wirklich ein Vorteil für euch, oder? Kurze Pause. Das Gerüst der Mannschaft steht aber auch. Das ist ein Vorteil im Vergleich zu anderen Teams. Ist die These richtig? Ja, ich sehe das schon so. Habe ich ja, glaube ich, eben schon erwähnt. Das ist für uns ein ganz großer Punkt, dass eben der Kern der Mannschaft zusammengeblieben ist, dass das Trainerteam noch da ist und dass wir jetzt nicht wieder bei Null anfangen. Von daher, wir freuen uns drauf. Wir sind da bereit. Und ich hoffe, das wird man dann auch am Sonntag sehen. Ja, es ist ja wirklich auch, Tim Walder ist ja wirklich ein Ausnahmeexemplar in Hamburg. Dass ein Trainer in seine zweite Saison geht, hat es auch in der ersten Liga nicht so oft gegeben. Insofern ist das schon mal ein guter Anfang. Definitiv hat er sich in meinen Augen aber auch absolut verdient. Ja, wenn man sieht, was wir die ganze Saison gespielt haben, auch wenn die Ergebnisse zwischendurch vielleicht nicht immer gepasst haben. Trotzdem, von allen Zweitligasaisons, glaube ich, jetzt zusammengenommen, haben wir die meisten Punkte dann geholt und sind denkbar knapp am Aufstieg gescheitert. Von daher ist sicherlich eine zweite Chance gerechtfertigt. Wir haben ja gerade eben schon mal ein bisschen was über Braunschweig gehört. Du kennst Braunschweig jetzt auch noch. Du könntest aber auch einen ehemaligen Mitspieler fragen, der sich auch ganz gut mit der Eintracht auskennt. Aber bevor du ihn fragst, fragt er dich erst mal selbst. Und wir hören mal, was er zu sagen hat. Ja, hallo in die Runde. Grüß dich, Basti, Nick Proschwitz hier. Basti, ich wollte mal wissen, ob du immer noch so ein begeisterter Jahrmarktbesucher bist, wie in alten Zeiten. Ja, Nick Proschwitz war das. Dein ehemaliger Mitspieler aus Paderborn. Hat bis vor letztes Jahr noch dann in Braunschweig auch gespielt, zwei Jahre. Ist dann, glaube ich, direkt vor dem Spiel gegen euch gewechselt zu Hoffenheim 2. Und ja, er fragt nochmal nach der Zeit damals in Paderborn. Da seid ihr offenbar das ein oder andere Mal auf die Kirmes gegangen. Ja, genau. Wir haben in Paderborn eine größere Kirmes. Libori heißt die. Ich glaube, geht eine Woche, vielleicht sogar zwei. Ich weiß gar nicht genau. Trotzdem, mit Nick konnte man sicherlich immer viel Spaß haben. Wir hatten eine gute Zeit, glaube ich, damals. Und waren dann eben ab und an auch auf der Kirmes. Und ja, haben so die üblichen Spiele gespielt. Alles einmal ausprobiert. Und ja, war echt schön. Was für ein Typ bist du denn? Eher Autoscooter oder Lose ziehen wahrscheinlich eher weniger? Ja, Autoscooter würde ich nur machen. Alle anderen Karussells, da bin ich dann doch eher raus. Nee, lieber dann sowas wie diese Pferderennen oder ein bisschen Frösche kloppen. Ja, da kann ich auch eine Menge Spaß beihaben. Ja, deine Kollegen Maximilian Rohr und Moritz Heyer gehen auch ganz gerne mal auf den Hamburger Dom. Wart ihr auch schon mal zusammen hier in Hamburg? Nein, waren wir nicht. Aber wenn ich das gerade höre, dann werden wir das definitiv in Angriff nehmen. Ich habe gesehen, die bauen schon wieder auf. Dann werden wir da auf jeden Fall mal auftauchen. Ja, jetzt habe ich auch schon verschiedene Namen gehört. Also Sebastian von Hauke Wahl, das war jetzt eher, glaube ich, auch für dich ungewohnt. Basso, Basti kam jetzt gerade. Manche sagen auch schon Ninho, oder? Mein Berater hat den Begriff oder den Namen so ein bisschen gepflegt. Ich glaube, das macht er mit all seinen Spielern. Da hängt ja immer noch so eine brasilianische Endung dran. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Und was sagt deine Mutter? Die sagt Basti. Eigentlich alle sagen Basti. Sebastian gibt es nur in Ausnahmefällen. Entweder wenn es ernst wird oder wie bei Hauke, wenn es ein bisschen spaßig gemeint ist natürlich. Basso ist dann in der Paderborn-Zeit irgendwann so ein bisschen dazugekommen und hat sich jetzt einfach etabliert. Mit deiner Mutter haben wir ja auch bei den ersten drei schon angefangen. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei. Und zwar? Ja, das ist natürlich was naheliegend. Und zwar wollen wir von dir wissen, wer deine drei Aufstiegs-Favoriten sind. Ja, ich glaube, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Das sind sicherlich wir. Und ich würde uns da ganz klar auf Nummer eins sehen. Ich glaube, dass Bielefeld dieses Jahr trotz Abstieg wieder eine gute Rolle spielen wird. Ja, und Hannover sehe ich weit vorne. Die haben, glaube ich, eine Menge getan. Von daher bin ich auch gespannt, was die Jungs auf die Beine stellen. Hast du die dritte Liga auch verfolgt? Also normalerweise hat man ja auch immer einen Überraschungsaufsteiger. Ihr mit Paderborn wart das auch schon mal. Jetzt sind Magdeburg, Braunschweig, euer Gegner. Und ja, Kaiserslautern, habe ich genannt, sind dabei. Ja, hast du da einen auf dem Zettel? Ja, ich persönlich würde es freuen, wenn Lautern weit oben mitspielt. Ja, weil ich mit dem Marlon Ritter einen Burschen da gut kenne. Von daher würde es mich natürlich für ihn freuen, wenn die eine sehr, sehr ordentliche Saison spielen. Ja, ob es klappt am Ende, das wird man dann sicherlich sehen. Trotzdem, wenn es so sein sollte, wäre ich sehr happy für ihn. Paderborn, dein Ex-Club, hat ja auch schon relativ viele Transfers gemacht. Sind auch eingespielt noch vor dem letzten Jahr. Glaubst du, dass die auch eine gute Rolle spielen könnten? Ja, ich glaube, wir waren letzte Zeit, gerade in der Hinrunde, da haben sie sehr, sehr gut performt, hatten irgendwo in der Rückrunde dann so einen leichten Durchhänger. Aber trotzdem, am Ende ist es, glaube ich, Platz 8 geworden für Paderborn. Was ja für Paderborn absolut in Ordnung ist, in meinen Augen. Und jetzt haben sie noch mal ein paar neue Spieler dazugeholt. Auch ein paar Raketen, so wie ich das gehört habe. Und von daher, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass auch Paderborn oben mit rumwurschtelt. Lass uns doch mal in die Glaskugel gucken. Am Ende des letzten Spieltages der jetzt beginnenden Zweitligasaison, was wirst du dann an dem Abend machen? Ich hoffe, feiern. Irgendwo mit den Fans und der ganzen Truppe. Ja, mit den Jungs aus unserem Verein oder Jungs und Mädels aus unserem Verein, logischerweise. Ja, irgendwo einfach eine gute Zeit haben und uns freuen, dass wir unser Ziel, was wir jetzt schon seit Längerem haben, was die ganze Stadt seit Längerem hat, uns darüber freuen, dass wir das erreicht haben. Und ja, das wär's. Da können sich auf jeden Fall unsere Hörer und Zuschauer auch sehr, sehr gut mit anfreunden. Und ja, die Aufstiegskandidaten HSV, Bielefeld, Hannover, ich glaube, da könnten sich auch alle Hamburger und HSV-Fans gut mit anfreunden. Damit sind wir auf jeden Fall schon am Ende angelangt. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen, Sebastian Schonlau. Vielen, vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Ja, und wir hören uns dann und sehen uns dann auch wieder nach dem Braunschweig-Spiel und vor dem Spiel gegen Hansa Rostock. Natürlich auch wieder mit einem neuen Gast. Bis dahin in Hamburg sagt man zwar immer noch Tschüss, aber bei uns auch auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.